Ich sagte, geh aus meinem Gesicht, nicht schlag mir ins Gesicht. Ach so, Entschuldigung, das hab ich jetzt verwechselt. Ja, es ist ein... Hast du Erde mitgebracht? Wenn ja, dann mach mal hier hinten schon mal Erde hin, bitte. Ich hab noch nicht genug. Ja, dann... Sammeln. Ich bin dabei, du hast wirklich gesagt, komm mal herauf hin, nur weil's dunkel war. Und du kleiner Schisser wieder Schiss hattest. Nein. Du kannst aber mal ne Schere bauen und kannst hier mal das Blattwerk abmachen. Könnte ich. Weil ich hab hier nämlich violett gefärbte Blätter und die will ich nicht einfach kaputt machen. Was willst du mit violett gefärbten Blättern? Weiß ich nicht, die sehen schön aus. Ich mag violett gefärbte Blätter. Du kleine Franchita. Du bist die Frau. Du machst den Haushalt. Du machst, dass es schön aussieht. Abgesehen davon... Wer hat das Bild von dir? Ich. In Frauenkleidern? Ich auch. Ich hab's noch nicht eingeblendet. Akladan hat in seinem Kommentar erwähnt, dass er das Bild gerne sehen möchte. Also bist du schon mal aktuell überstimmt. Aber ist es nicht so, dass ich dir dann dazu die Bildrechte gehen müsste, dass du's veröffentlichst? Ey, dann bin ich total illegal unterwegs, weißt du. Ja, du machst ja nur illegale Sachen und so. Ach, ich mach einfach ne Quellangabe drunter. Abgesehen davon hast du das Bild mit einer Freeware erstellt, die unter der Open-Dingens-Lizenz steht. Na, wie heißt's doch gleich? CC. Okay. Und weiter? Ja, da würde ich sagen, hast du mal gelitten. Eichensetzlinge haben wir ohne Ende. Soll ich denn damit? Lohnstaub. Ach komm, schmeiß mal weg. Nein, schmeiß mal natürlich nicht weg. Schmeißt weg, brauchst du doch nicht. Ach, wir brauchen keinen Lohnstaub. Hey. Natürlich nicht. Das hat überbewertet. Hast du die Schlägerei gesehen in der Hülle? Ja. Ja, siehst du. Ich habe keine Ruhe, du hast sogar einen Gefischt draufgegangen. Ja, eben. Wie so ein Mädchen. Och, wir zwei gehen nachher einfach in den Nähtal und dann schauen wir mal, wie weit du kommst. Okay. Ich höre ihn dann wieder schreien, weißt du. Nein, nein, aua, aua, mama, 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 mama. Ich erinnere mich daran, als der Werwolf kam. Mami, 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 aua, aua, Mami, Mami. Ich habe die Folge übrigens meiner Mutter gezeigt, der hat voll gelacht. Natürlich hat sie gelacht. Das war richtig. Dass sie gelacht hat? Ja, und dass sie so amüsant war. Okay. Er holt sich die Kritik noch bei der Mami. Aber gut, meine Mutter guckt auch hin und wieder mal rein und sagt mir das, ob es gut ist oder nicht. Aber ich zeige halt keine exklusiven Folgen bei meiner Mama. Sondern? Ja, die sieht anhand der Freigaben, sieht sie doch, was ich hochgelandet habe. Okay. Dann kann sie sich das anklicken, wenn es veröffentlicht wird. Weißt du, du hättest doch einfach hier Erde klatschen können. Ich will aber da nicht Erde klatschen, ich will hier Erde klatschen. Aber hier muss auch Erde geklatscht werden. Ja, dann klatsch doch. Du hast eine Ultimate Fist. Du weißt, wie das geht. Ach, Marci. Ja. Mein Kind. Genau. Ja. Okay. Was kann ich denn noch wegschmeißen? Hier, Tomatoseeds. Wer zum Henker braucht denn Tomatoseeds, bitte? Du. Hey, ich fülle Ketchup und sowas. So, jetzt haben wir erstmal ein paar Stacks mit Erde. Hui. Und die bringe ich jetzt erstmal mit rüber. Du, 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 du. So. Jetzt gucken wir mal in der Weltgeschichte rum. So. Genug geguckt. Wo fehlt denn dem armen kleinen Jungen seine Erde, hm? Mir fehlt keine Erde. Ich hab genug Erde jetzt. Aber es ist schon mal schön, dass du dich darauf angesprochen fühlst. Kein Problem. Hab ich gerne gemacht. Okay. Du, 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 du Du möchtest Fehlerbeseitigungen? Du hast eine Ultimate Fist, du hast Erde, du weißt, wie das geht. Mach die. Ich weiß nicht, ich finde, der komische Name passt nicht zu mir, nur weil du den lustig findest. Ich glaube, ich werde den rauszensieren. Alter, bist du denn irgendwie von allen guten Geistern verlassen? Natürlich. Er ist ein Designer, weißt du? Guck dir das an. Was denn? Was denn? MS, MS. Ich muss ja noch die Grundlagen beibringen. Wieso schweben die Bäume in der Luft? Das ist wie bei den Lamas mit Hüten. Seine Hände, warum fehlen die? Warum fehlen sie? Was ist mit seinen Händen passiert? Ja, ich habe sie gekocht und gegessen. Okay, das ist nicht mehr witzig. Nicht? Schon zu alt. Ach, Quatsch. Gute Witze sind nie alt. Du hast vorhin Otto Walkes zitiert, Mann. Mit einem Witz, der definitiv älter war. Das ist richtig. Das stimmt. Aber trotzdem. Otto ist halt ein Klassiker. Ja. Lamas mit Hüten auch. Du bist auch ein Klassiker. Du bist ja auch schon oberhalb. Das stimmt. Aber ich bin halt wie ein guter Wein. Ich werde nicht älter. Ich werde besser. Ah ja. Das kann und will ich nicht beurteilen. Das solltest du auch nicht beurteilen. Will ich auch nicht. Obwohl du das... Da gibt es andere Personen in meinen Kreisen, die das beurteilen. Andere Personen? Nennen. Ja. Okay. Okay. Meine besten Freunde und meine bessere Hälfte. Du willst dann wohl nicht etwa denken, dass du hier zu meinen besten Freunden gehörst. Ne. Will ich auch gar nicht. Diesen Orden müsstest du dir verdienen. So, jetzt hast du es. Ah, guck mal. Jetzt hast du es aber gekriegt. Jetzt ist es total gekränkt. Jetzt sagt er keinen Ton mehr. Das kann wir nicht perifär. Du weißt noch nicht mal, wie das richtig geschrieben wird. Da willst du solche Schweren vor Ort zu besagen. Wir machen ja auch keinen Buchstabierwettbewerb. Und ja, ich weiß nicht, wie man das schreibt. Du weißt, wie man Buchstabierwettbewerb schreibt? Ja, das weiß ich nicht. Y, V, Q, X. Okay. Und drei und Fragezeichen. Ja, Buchstabierwettbewerb. Ja, das hatte schon sehr viel Schönes, lieber Herr Ennis. Ich weiß auch, dass es richtig ist. Ja, natürlich. Es ist so schrecklich. Du bist schrecklich. Ja, schrecklich schön. Hast du Kohle? Nö. Ich bin wie immer pleite. Nein, hast du Kohle? Hör zu, Kleiner. Ich habe keine Kohle. Und wenn du mich nochmal so eine Frage fragst, dann werde ich dich da an die Wand nageln. Hast du einen Igel? Ich zeige dir nie wieder Videos. Besser nicht. Nee, das bringt nichts. Das hat keinen Wert. Weil ich die dann lustig finden könnte, weißt du? Ja. So heißt es. Auch wenn sie schon Aspach-Uralt sind und kurz nach den Holzkugeln auf den Videomarkt geworfen wurden. Ich glaube, das Video gab es damals schon auf VHS, oder? Ja. Bevor es einer bei YouTube hochgeladen hat, um es zu digitalisieren. Was ist denn? Nein, mits, 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 mits. Ah, da. Ja, Holzschaufeln brauchen wir ja nicht, oder? Nicht wirklich, nein. So. Ich habe ja immer noch. Ja, der. Also hier hinten ist auf jeden Fall gut Erde gelegt worden jetzt. Gut gemacht. Meinst du? Nein. Ich hätte dir das auch nicht geglaubt. Gut. Du, 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 du. Du, 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 du. Und wir schliefen tief und fest, während der Emmes unter uns wachte. Ja. Und wenn er sich nicht gleich ins Bett legt, steht der Master auf. Eich kommt doch. Läuft zu ihm runter. Ah, geht doch, siehst du. Ah, geht doch, siehst du. Geh aus meinem Gesicht. Ich wollte es auch mal sagen. So, jetzt darfst du weiter craften. Oder brennen. Okay. Ah, guck an. Er macht Fleisch. Du hast mir ein Fleisch geklaut. Eigentlich nicht. Oh, doch, habe ich. Hier. Du hast ein Fleisch geklaut. Nö, ich will auch mal ein Würstchen. Was? Ich will dein Würstchen nicht. Nein, das möchtest du nicht. Das kriegst du auch nicht. Tu mir doch mal einen Gefallen, bitte. Also du würdest mir schon mal einen Gefallen tun. Aber okay, wir lassen das. Okay. Äh, tu mir doch mal einen Gefallen. Ja. Du hast dir nur Blödsinn gemacht mit den Dingern. Äh. So, damit ist dein Gefallenskontingent aufgenommen. Ja, genau. Mach dir doch mal einen Transportwagen. Nee, du kannst dir... Du hast ja nicht so viele in den Barrels, gell? Was? Ei, in deinem Lerker. Da ist schon eine ordentliche Menge Zeug drin. Denn in den Zeiten, in denen du nicht dabei warst, war ich auf Ressourcenbeschaffungstour. Ja, aber... Kannst du hier... Abgesehen vielleicht vom Holz und sowas, naja, was auch eigentlich noch geht, kannst du ja eigentlich alles schon mal abbauen. Kannst du rüberbringen. Warum denn das? Ei, äh, du wolltest aus dem Tempel raus, oder nicht? Ja, aber wir wollten doch hier eine U-Bahn hinbauen. Da gibt's doch Chestcards. Transportwagen. Und außerdem ist hier unten doch ein schöner Spawner. Na, eigentlich bin ich ein Spawner. Beide. Guck drauf. Du hast Augen... Ich hab's gesehen. Du hast eine Weiler-Information. Ich gehe jetzt nicht mehr mit dir. Benutze sie. Ich gehe jetzt nicht mehr mit dir. Dafür hast du sie doch von mir extra bekommen. Ich gehe jetzt nicht mehr mit dir. Ich hab die nicht... Du hast die nicht von mir bekommen? Nein. Oder warum hast du Nein geschrien? Äh, da war ich runtergefallen. Muhahaha. Aber trotzdem, ich gehe jetzt nicht mehr mit dir. Punkt. Ja, warum denn nicht? Ich will nicht mehr. Nur hab dich nicht so. Nein. Du stellst dich ja an wie ein Mädchen. Nein. Ach so, ich vergaß. Wir hatten das Thema ja vorhin schon. Du... 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 Haben wir denn eigentlich noch eine Kiste in der Kiste? Ne, ne? Eine Kiste in der Kiste? Ja. Ja, zwei Stück untere Truhe. Gut. Mache ich da jetzt eine große draus und packe die erstmal hier auf die Seite. Kann ich nämlich erstmal meinen ganzen Kleideradatsch... Das wird jetzt eine bunte Kiste. Da kannst du dann raussortieren, was du haben willst. Weil ich muss jetzt hier erstmal ablegen. Sortier's mal um, wie du das willst. Ich sortier gar nichts um, bis das Lager vollständig ist. Du hast doch sonst Ordnungswahn. Ich sortier erst was um, wenn das Lager vollständig ist. Das gibt kein vollständiges Lager. Ja, aber wenn's schon mal bestückt ist. Ja, ich hab es extra so besucht. Ich hab einen brutal... Ich hab einen brutalen, äh... Einen brutalen Rucksack. Oha. Ja, da haben Kisten reingepasst. Ja, ich hab ich quasibudete. Ja, das heißt einfachée, Dieaters kann deshalb auch du unterinstellen. Ich weiß schon noch nicht das Gesam Growl.